willkommen meine damen und herren zu einer neuen folge die zwei viertel nach drei jetzt geht's los ferale ich sehe nur eine wo hinter mir kommen die munition aber so musste sein war naja kurzer stressmoment war schon hinter hier kommt noch einer war schon stressmoment nein aber ich das war jetzt ja völlig glimpflich aber muss ja nicht mal mit dem weg nachsetzen nur wirklich ach so hier das ist das hemd droppe ich ja willkommen zu einer weiteren folge für uns die gleiche aufnahmesession für euch der gleiche scheiß wie zuvor nur neuer tag und schön ja da musst du jetzt mal ran ich habe kennen wir mal ich könnte papiert schon mal durch so ja muss man sagen dann als leere gläser hast ein military helm kann ich scrappen steel cloths das könnte was sein viel helmet das könnte auch sein schuhe scrappen shirt scrappen viel brust aber das ist doch auch stil oder das iron mit 13 was hat meine brust oder was hast du da überhaupt drauf 90 ich habe leder 6 leder arme hast du und die macht die macht ja aber an werten die hat acht leid macht aber nur minus 0,75 stamina aber die hier die steel chest armor zum beispiel hat minus 0,9 der schlechter ja schon klar ist weiß schon hier guck die mann im vergleich weiß nicht was dein helm hat also ich glaube schon dass sie rausgeholt oder was die ich habe jetzt einen militärhelm der macht minus nicht mehr stamina ist immer schlechter gibt mir und das nur eins besser als den ich jetzt habe verteidigen noch chest viel chest ja das ist ja eine schlechte jetzt was willst du mir damit denn das ist ja wohl das ist ja nichts das kann ich ja jetzt grab mir und zack wir haben noch eine quest lass uns direkt die nächste im anschluss machen was ist denn hier los aber die ist 230 meter in diese richtung wo haben wir denn hier mobbets geparkt die liegen mobbets hinterm haus wieso sehe ich mein es nicht aber weil du es gesetzt hast ich muss nochmal aufnehmen naja stimmt schlecht ja aber deswegen bin ich halt auch wirklich träge unterwegs wahrscheinlich ne ja ja und dann dem wollte ich ja entgegenwirken wollte es nicht so klopsig aber nee ich habe doch den bock selber gesetzt das kann ja nicht sein wieso habe ich den jetzt nicht mehr vielleicht weil ich zwischendurch gefahren bin nee nee da wird nicht mehr angezeigt da wird nicht angst ah ah der hat ein eigenes symbol und das ist dunkelgrau in einem dunkelgrauen hintergrund fantastisch das ist nicht gut hat er einen haben wir auch ein ja ein gelbes haben wie zeichen also ist der sieht gut aus gut erkennbar so bevor wir jetzt hier ja nicht ich fahr vor fahr mal vor alter dieses mobbet das ist genau richtig da musst du nix an der xml drehen machst einfach die mod rein guten tag das motorrad ich bin abgesprungen das motorrad schießt noch an einem vorbei ist das jetzt nicht hier fünf ques aber ne doch du ach hier au 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 habe ich nie mitgerechnet mal an ok sind wir soweit ja aktivieren sie da 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 hier ist die area ich habe ja kein problem die fallen aus dem haus hinter uns hinter uns hinter uns also zwei hinter dir dann ja oh ja jetzt oh job war schon eine bessere sache das ist schon jetzt was anderes oh das ist was anderes minja du bist an mir du bist reingelaufen bin ich gar nicht man doch ich stand hier du bist reingelaufen nein ich bin zurückgelaufen um auszuhalten genau in meine richtung ich habe dir einen nacken geschossen oh nee alter dein kopf ist geplatzt du bist so schlecht schade ich habe dich gerettet du musst das du musst das grausame nicht mitmachen das ist ja jetzt echt ein witz das gibt es doch nicht ja wenn ich was zauber mache also du hast ja sehen wo ich bin nächstes mal andere richtung ausweichen okay du hast gesagt der stand clear the area so habe ich gemacht das hat das spiel gesagt wirklich das macht sich besser gerade ich kriege ja einen herzflosch tut mir leid auch wegen der quest ach die ist jetzt auch weg ne oh ich hasse dich nein zieh durch nein na klar nee da muss ich ja hoch hör auf na ja komm ich doch mit wie weit ist denn das jetzt zweieinhalb meter ach fuck jetzt laufe ich jetzt zweieinhalb meter wir sind in der gleichen aufnahmesession und wieder verdammt guckt mich ein kater an mit hundeblick ja sagst du mich kannst du mich bitte entschuldigen meinem freund den du hier ja es tut mir leid einfach so hast du es gesehen der fleisch schon mal getötet tötest ein töter man kriegt übrigens man behält das ähm das questloot sozusagen in der tasche könnte es also theoretisch einen schlafsack beim trader hinlegen und dann immer zwischen zwischenquesten was ist denn hier ich muss mich echt dran gewöhnen dass die nicht gleich down sind boah ja aber ist doch gut ja ja die zombies sind halt so stark dass ich dich töten musste genau was doch immer das jetzt für eine aussage ist weiß ich nicht ähm jetzt fällt mir gerade mal ein was ist denn was ist denn im helm drin licht leicht und inventarplatz ja ich hätte überlegt ob man den wasserfilter reinmacht dann ist es mir wasser egal oh ein tresor ich schick mal ein paar leute zu dir runter nochmal mal sehen ob du mit denen umgehen kannst oh was schön ist ein Stück silber im tresor Rick Grimes ja oh ist dabei tab alles eisen ok sniper rifle so eine billow machen weg wo oben weg 3er pistole können wir auch weg machen oder haben wir besser welche was was 3er pistole auch besser ja aber die parts werden nicht schlecht ja ja klar würde ich machen das war einfach den sperr braucht eh kein mensch ja aber clay the area da müssen wir bis hoch das ist ja auch irgendwie ich bin ja schon zufrieden stock jetzt komm na gut dann aus dem loot wäre jetzt nicht schlecht also vielleicht gibt es ja hier ist ja eine baustelle vielleicht gibt es baustellen loot orga zum beispiel eine orga ja das ist absolut wichtig hab ich gar nicht dran gedacht oh ha äh waren paar Adler vier auf einmal oh Gott nein was ist denn das die Ausdauer hatte ich nicht mehr wie so ein nasser Sack nach unten ey das Spiel ist so realistisch das erkennt meine körperliche Verfassung ja das ist das machen die mit dem äh mit dem Sensor in der linken Maustaste so geht los geht los ach weißt du was warum macht das nicht so oh da ist schon immer was los ja da ne 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 er muss tot sein wo ist er da ist er du musst naja wenn der eine Zombie da unten rum macht und nicht an uns rankommt und wir suchen uns ein Ast ja ja klar nach dem letzten Zombie da wird er ja nicht angezeigt deswegen ja gut ich weiß nicht ich glaube der Rest der Folge möchte mich jetzt auch schnippisch dir gegenüber nehmen oha das muss doch du hast das war die Dramaturgie das vorgesehen du hast gesagt wir müssen ein bisschen was reinbringen erschieß mich doch einfach mal nicht achso läuft die Aufnahme schon halt die Schnauze ganz klare Ansage weil ich gestern sogar ein Lied drüber schrieb verdammt lieb dich ne verdammt halt die Schnauze das nehmen wir gar nicht in Kauf naja Kopfschuss ist ein Kopfschuss ne ein Kopfschuss bleibt ein Kopfschuss ja du nimmst den ganzen Beton mit ja unbedingt ne nicht vernünftig wir brauchen den Beton deswegen ich sammle lecker Papier aus einem billigen ja gut dann so oha hüpf achso da hast du ne Toilette guck mal eigentlich nur ne Toilette für die Basis mit ein bisschen Merkwörter jetzt hör doch mal auf es wird noch gut ok ja dann hier das gibt es übrigens Plastik so wie war das irgendwas bricht hier doch jetzt ein englische Scheiße gibt da noch nicht achtet in der Augen drauf sitzt noch einer ja vorhin darf er diese Ladung da nicht abfeuern ne hier ist doch irgendwo ne Mine oh da regt mit Adler einfach nur laufen ja wo war die Mine nochmal zurück ist sie da ja da ist sie warum ist sie nicht los ok wir setzen nicht schießen nicht schießen da bricht das zusammen bist du bist du sicher ja ich ich hab nen Beinbruch das ist alles na ne wobei du hast jetzt noch nen Zombie naja der ist jetzt auch kaputt ne ist dit schön nein ich hab den Splint nicht im haben wir noch ein Jeep ne ich hab einen bei warte mal den kann ich runterschmeißen ja wo bist du denn ja wo bist du genau unter dir über dir quasi so was ich wollte den scheiß Achtung kommt ja 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 danke ich wollte den ähm du wolltest den daneben setzen ne jo also bin ein Stück zu weit zur Seite gegangen aber das ich das überlebt habe liegt wirklich nur an meinen Schuhen das ist wie in diesem Schacht siehst du mal ich muss einfach nur noch oft genug springen dann härten meine Knochen so aus ja stimmt dass ich nie wieder ne Verletzung haben kann stimmt es vernarbt so dermaßen kannst du dich zwar noch nicht immer bewegen aber es ist was anderes ich hab da jetzt hier schon Frames drüber gesetzt falls du jetzt noch hochkommen willst äh ich kann nicht sprinten das ist mein Problem hab ich ein Medipack dabei wo steht denn die scheiß Karre hast du ein Kills um Zombies ne warte mal was sagt denn deine was sagt denn die Geschichte bist du oh bist du fertig oder noch nicht also ist das noch was zu tun ne was die Quest angeht äh ja O's Dave is in sagst du was ich hab mir eine Tablette aus dem Auto geholt ob das äh ob das registriert wenn ich das mache hier ich gehe davon aus also ob das schlimm ist das ist die Frage ne probier es einfach wenn ich breche es ab weil ich jetzt hoch mit Hüppen ein bisschen schwierig du könntest ja mal gucken ob du was du unten so an an Kram so mitnehmen kannst auch diese Steinblöcke geben halt relativ oder andersrum die geben halt sehr viel Stein ja ja komm verdammt und Level 3 Robotics Slash Turret danke nochmal nicht schlecht oh nein oh nein ich trottel oh nein ich bin ich bin irgendwo drin reingebuckt nein hoffentlich fahre ich jetzt nicht runter deswegen oh nein ich hab in mir ein ein Dings gesetzt scheiße in dir ein Woodframe ein Woodframe jetzt ja oh nice oh schwierig nice oh schwierig schwierig jetzt hab ich mich hingehockt jetzt bin ich in einem Block quasi gefangen in einem freien Block und jetzt geht's wieder alles klar in dem Blutraum in dem ne noch nicht ne ne da gehen wir jetzt hin na kommt Freunde oha oha schwierig ich runter krass ich krieg richtig aufgesagt ich hab mich weggemacht krass okay da muss ich jetzt doch irgendwie hochrumpeln oha da war nämlich dann auf einmal ein Perala ne es waren zwei Perala und ein und nochmal ein na ein radiated ja ungeil klingt alkohol könnte ich nicht mit irgendwie Steroiden mich beschleunigen ja könntest du haben wir aber nicht dabei oder haben wir aber nicht verdammt was nehme ich denn jetzt mit hier auf die Dumme für die Freunde du musst du denn einfach ne das kannst du vergessen ich bin so zäh ich kann nicht sprinten okay was ich machen könnte ich könnte mich hochframen ne du könntest dich hochframen ja okay mal Holz verdammt nochmal das sind ja das sind zwei Tode in einer Folge in er natürlich hart auch in den Rücken geschossen von meinem eigenen Teamkameraden ja mit dem Nachhinein einen auf der Ehrenvolle Tod ja und und das war ja das wurde jetzt ich war einfach überrannt jetzt gerade das ist halt auch so wir haben uns dran gewöhnt jetzt ich jetzt zum Beispiel haben mich dran gewöhnt dass die Schrotze ein Schuss oder zwei Schuss max dann lade ich immer schon nach verstehst du das ist ja schon schwierig und mittlerweile ist es halt einfach so dass die zäglich nicht halt mit einem Schuss wir gab es doch gut ja ne ne ist cool ist cool absolut ich muss ja nur dran gewöhnen absolut cool und jetzt wieder so ne Sachen wie äh Medi oder nicht doch oh nein ich baue die wieder mit Wutrainsor auf keine Frage oh nein du warst doch eh unterwegs ich bin da jetzt aber ja ich baue dir jetzt gleich ein Treppchen ich bin jetzt hier ok ich bin da ähm hä wieso geht das nicht da dran ah da geht's dran hier oben sind noch ganz viele Steine naja naja ich hab ein potenzielles Hüpfproblem oh was war das nichts doch die nicht mit ich hoffe nicht dass ich hier irgendwann mal das Ding überlegt ah du hast da unten die Palette der Holz weggehauen deswegen brech jetzt mal komplett an das ist eine gute Idee ja genau ich hab eine gute Idee wie soll ich denn jetzt meinen verdammt ich nehme auf jeden Fall auf dem Weg nach oben nehme ich jetzt Steine mit ich kann es aber glauben es gibt gut Steine was haben wir denn jetzt ähm 4400 Steine hast du jetzt schon dadurch gesammelt krass mhm also so schnell baust du halt klar wenn du jetzt Potassium abbaust und bla da kriegst du immer als Nebenprodukt aber für sowas wie Sand herstellen oder äh einfach zum Mischen von ne Beton ja die sind noch da die hässlichen Zombies was geben eigentlich die Rollen 1000 und was geben sie ne jetzt sind sie in Eisen das lohnt sich nicht na komm nee 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 Katha jetzt schnappt er sich hier die Schraubdeckel von den Fraschen oh was zum Spielen nein die seh ich nicht oh alter bringt's als hätte Spaß der hat richtig der frisst richtig ich hab den Feralen runtergeschickt übrigens nur dass er bescheid ist du hast den Feralen runtergeschickt ja ja der na vielen Dank mhm Entschuldigung er schickt sie alle runter da muss ich nicht hoch was ist das denn oh Gott oh Gott oh Gott nein weißt hier unten läuft einer rum ja oh nein ich hab zwei Stunden Knochenbruch ich hab nen kritischen Hit gekriegt das gibt's doch nicht das Spiel wird schwer hat niemand erwartet können wir das mal wieder zurück machen ich bin jetzt noch radiated und alles what the fuck bin ich so ein anti-radiated in deiner Waffe ja daran hab ich jetzt auch nicht gedacht nee ich bin radiated ja ein anti-radiated in deiner Waffe bringt mir aber nuscht beim oder nimmt der dem nicht irgendwie den Schutz oder so oh ich hab ne lila Axt gefunden ich glaub das ist der holprigste Versuch die Baustelle zu machen was ist los ich habe ein Orga gefunden nein es ist zwar nur ein Level 1 aber es ist ein Orga es ist sicher alles ein Orga es ist ja wurscht aber et jete et jete es hat ein Orga ne eben ja die Hauptsache ist so aber das ist jetzt nur der das war nur der 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 Zwischenloot jetzt kommen wir ja gerade erst mal zum Muten wenn du das Rezept noch finden würdest das wäre eine Nummer sag ich mal warte mal da kann ich mich doch direkt vorarbeiten zu dem Raum der müsste doch hier hinter liegen bei dem Raum war das doch so der bricht irgendwie zusammen genau da wo du draufstehst das bricht zusammen aber das heißt ja auch dass oben nichts mehr ist oder also oben drauf ich muss mal kurz nachdenken Problem ist ich kann jetzt nicht richtig springen also Musik warte mal ich hacke mal den Raum auf ne ist 5000 ok wo geht das da was wie leben die da drin ja hier ist irgendwas hat sich gerade äh zum Leben erweckt ja können die sich mal befreien ja der Sprung der war eben Grütze Motor Tool Parts werden wir noch mitnehmen ups ne der war nicht Grütze das war ja ein Kran eben hat er aus die Mine eingebaut das ist natürlich geschickt aber kann ich jetzt hier runter oder wie war das jetzt ja nicht oder stürzt es jetzt ein oder nicht ja oha oh nein da auch schwierig gut wenn ich da runter falle dann ist ja gleich Asche aber ich hab was schön für euch Freunde da steht mein Name drauf oh wie bist du denn da runter gekommen ne hier ist nur Dings ne Leiter ne ja Mitte so aber dann bist du ja irgendwie eingebrochen eigentlich ja aber ich bin ja nicht eingebrochen aber wir müssen ja auch wieder raus ne das heißt da rein zu kommen macht keinen Sinn ich hab noch ne 2er Steel Ex was ist da bei dir äh was ich ne ich hab ne 4er du hast ne Steel ja du hast ne 4er Steel Ex ja Glück ist mit dem Dummen was für ein Arschloch da lacht er sich tot was für ein Arschloch Spruch du merkst aber schon dass du den Tod verdient hast ne den Spruch kam auch nur der kam jetzt nur wegen dem Tod so müssen wir nicht wieder ran gehen das ist doch bist du so also bist du die Frau in der Beziehung die dir das ist jetzt klar dass du das mir im Bund legen willst ok klingt schwierig wenn du die Frau bist lege ich dir das im Bund ja genau da ist da kommt er aber jetzt wieder da kommt er richtig schwierig um die Ecke keine Ahnung wie soll ich da jetzt hier rauskommen was ist mit dem Boden hoch zweieinhalb äh hoch hochframe wieder raus ja jetzt sind ich hab 3 Frames da komm ich nicht weit ja Hauptsache wir haben in einer 24 Minuten Folge eine Baustelle gemacht aber krass ja ich werde also dem Zuschauer würde es freuen er ist ja mal absolut er ist immer sehr schadenfroh genau da ist das ist die Essenz aus dem unser Let's Play seit Jahren besteht genau natürlich war das alles Absicht euch um euch zu unterhalten ist ja wohl völlig klar oh nein das geht ja auch so tief ach fuck ich sehe das Kabel absacken also bist du nach unten würde ich sagen er ist so schlimm ich hab das Kabel vorbeischweben sehen noch eine Working Stiff Tools Kiste wish me luck dude wish me luck es ist kein Orga dafür ein das wäre geil eine Ratchet nochmal aber ist nur eine schlechte Ratchet und Clank Ratchet und Clank guten Tag oh das war eine knappe Nummer alles kommen wir denn hier irgendwie unter ja hier oder du läufst in die Schussbahn einfach und gehst davon aus dass ich dich nicht erschieße ja bist der bessere Schütze hieß es mutig wo wurde mir das verkauft verkauft das Kabel hier wie geil zeig zeig und nein geschafft trotz gebrochenem Bein 26 Minuten Beinbruch habe ich übrigens das ist so ein komplizierter Bruch dass das geschieht ich habe eine Stunde 50 noch was auf meiner Beinbruchuhr ach du hast auch Bein geboren mhm okay gewonnen hast gewonnen der komplizierte Splinterbruch geht an Herrn Fleischhammer so dann probieren wir mal einen Trailer abzugeben ja okay ja die Crossmaschine ist schon ein Killer ja ich muss unbedingt mir das ist genau das richtige Fahrzeug für die Apokalypse Apokalypse ja weil du springst über alles drüber einfach oh stopp au warum soll man hier ruf na gut ja du kannst abgeben ja stimmt ich nicht was ist da passiert ich glaube es ist schon Methode steckt dahinter das haben wir ich fahre erstmal nach Hause kotzen habe ich überhaupt noch noch zu Hause da wieso sehe ich das nicht auf der Karte da okay oh die also wirklich der Hammer ist ein schönes Beispiel dafür also rein jetzt von der von der Physik und von der vom Gefühl des Fahrens her wie sich das in 7days anfühlen sollte was du für ein Messer ich habe ein 4er am Messer ich habe auch ein 4er ja aber das Motorrad finde ich besser ja das ist ja das ist ja auch eine Schmackssache von mir aus so weißt du geht mir jetzt auch eigentlich nur um dieses der wippt der wenn du bremst dann geht der vorne sozusagen geht der in die Federung oder oder wenn du längst dann auch das sieht gut aus stand da was mit Redneck Boss gerade was habe ich da für eine Quest angenommen what gibt es Bosse na außer diese Wildschwörending ja Installation Red Mesa da waren wir doch schon mal in Red Mesa na gut wir sind sowieso schon wieder am Ende einer Folge ja ich bin zu Hause und kotze erst mal Painkillers schmeißen so Splint hinterher bam vielleicht nochmal mit Aloe Creme einreiben weil es so schön ist der einzige Nachteil des Motorrads ist dass es kein Licht hat es hat kein Licht ja gut du kannst selber deinen das Ding springt aber auch da wird richtig rin gepumpt im Körper was machst du denn na ich habe alles mögliche an Medikamenten gerade genommen was so ging was auch nicht nötig war wieso 5 Morphium rein fragt nicht aber mit dem Motorrad kommst du halt hier schön auch die Rampe hoch ne ohne Probleme also ganz sauber ja das ist ein bisschen beim Jeep jetzt nicht so gut aber ich werde damit leben so dann haben wir noch hier Cement eigentlich noch richtig heute mitgebracht hier wird noch Cement kann ich ja hier nochmal rausschmelzen 1300 aller Freund aller aller gut sehr gut Getränke essen alles erstmal raus ganz kurz ja ich auch ich habe dir übrigens das Miestool in der Tasche wenn du da was essen möchtest du entfernst dich gerade vom Mikro wahrscheinlich ja ja ich habe den Kater muss ich umlegen oh nein ist er tot jetzt nein der ist nur der legt sich dann ab und mein Bein schläft ein und das ist halt auch ein bisschen der interessiert ihn nicht sozusagen nö denkt dass ich wo ist jetzt ich liege hier gut wir haben hier übrigens ein lila Robotik Turret ich weiß ja nicht das hast du bestimmt irgendwann mal gelootet oder was das könnte man du hast nur Waffenteile in der Waffenkiste oder ja ich habe Waffenteile in der Waffenkiste ich würde sagen wir sind deutsch für heute also wir sind schon immer durch aber noch mehr als sonst wird man gleich nochmal den Orga spazieren fahren in der Zwischenzeit und uns ein bisschen Potassium und so holen das seht ihr natürlich jetzt nicht aber nicht dass dich jener fragt wo kommt denn der Scheiß her da stehst du ja ja klar Menü seid ihr doch ja dankeschön mir es war eine schöne Folge ne ich fand es auch super viel geweint drei Folgen haben wir gemacht viel geweint viel Schmerz ertragen wir haben eine Orga meine Damen und Herren ich freue mich ich freue mich schnelles Moppet und Orga und der Tod des anderen ist im anderen sicher ne wie sagt man das wir sehen uns zum nächsten Mal wieder oder sicher egal ja wir sehen uns vielleicht nächstes Mal mal gucken mal gucken ob das noch möglich ist wie du dich jetzt noch mal zu deiner Verteidigung äußerst ich bin sehr gespannt wie du da rauskommst aber gut wir werden es sehen bis dahin herzlichen Dank bis dahin tschüss hab mich sehr gefreut verdammt